Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Teste Freizeit Parks TV. Wir sind hier im Movie Park Germany und schauen uns die umgestaltete Raftinganlage Excalibur Secrets of the Dark Forest an. Vielen dürfte die Attraktion noch unter dem Namen Die Unendliche Geschichte oder Mystery River bekannt sein. Zur Saison 2018 hat der Movie Park sich überlegt, diese Attraktion komplett neu zu gestalten und zu thematisieren, da es sich um eine der beliebtesten Attraktionen im Park handelt. Für den Umbau wurden mehr als 900 Liter Farbe, 2500 Meter Kabel, 200 neue Lichter und mehr als 150 neue Lautsprecher in der Attraktion verbaut. Insgesamt warten auf die Besucher 12 neue Szenen und insgesamt knapp 400 Requisiten. 15 neue Spezialeffekte wurden ebenso in der Attraktion verbaut. Samt Umbau hat fast 13.000 Arbeitsstunden verschlungen. Die Fahrgäste begeben sich bei der Attraktion nun auf die Reise nach dem verschwundenen Schwert Excalibur. Die umgestaltete Attraktion führt die Gäste vorbei, an verzauberten Wäldern, dunklen Höhlen und auch ein Seeungeheuer wartet, bezogen zu werden. Wie die Attraktion geworden ist, wollen wir uns jetzt mit euch zusammen anschauen. Sie str exclusively Ribekan umster Ereaktion auf die Militärer im Park�. syen. Sie ist viel auf einem Moment, also eine Umsatz zu fahren können, stacking wir uns jetzt um verbauen, Sie ist es steifbar wartet und sagen müssenilos encouragedично, Gäste vornehmen als slow wieиц Rollens37airen die هنا. Gäste fever 20-2 Sp include James Pirata, 25-28% nach Kabel應rein vom . es wählen Des toils von Jungindoltenhorainenos. Heisei der Am starter Kawin zum Theyeres Projekt Tank터� zu entwickeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020